Guten Morgen liebe YouTuber oder guten Nachmittag hier nachdem ihr das Video schaut. Ich nehme es jetzt am Nachmittag auf. Ja, wir zocken noch mal eine Runde Battlefield 4, die Beta. Gucken wir uns das mal Ganze an hier. Wir haben noch den Genmae dabei. Oh Genmae, wir sind jetzt live. Erbschrotgewehr. Hinter uns, hinter uns, hinter uns irgendwo. Ach, da kommen wir nicht durch, das Gitter ist zu. Ja, hier ist dicht. Ja, das geht aber gleich auf. Dann kommt man durch, das kann man weg springen, das weißt du. So, pass auf. Kann man so machen und dann ist es weg. Ist ja nett, dass du es reinfährst. Gucken, jetzt kannst du aufmachen. Jetzt ist es offen, das Ding. Wo ist es denn? Ja, hier hinten. Der kommt rein, der kommt andersrum rein. Weil da will ich nicht lang gehen, da bleibt man immer hängen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ja. Ich geh mal außen rum, probier ich mal ein bisschen zwischen... Ja, nein, 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 nein. Da hatte jemand dieselbe Idee. Hast du das Gefühl? Okay, wir nehmen Kontrollen von Objective Alpha. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Okay, pass auf, ich komme. Nice, das gibt Punkte. Äh, ich könnte ja auch mal was markieren, wenn du Bock hast, aber wir haben ja alles. Was sagen, noch sieht's gut aus, ne? Boah, schießt doch nicht, der Junge. Ja, komm mal, wir wollen unten unten, komm einer unten irgendwo. Auf, wieder, auf, wieder. Ja, schon wieder. So, da oben steht. Jo, da hat er mich getroffen, da hat er mich getroffen. Nice. Ah, verdammt. Ingame reden ist übrigens auch sehr lustig. Linke Alters, du. Kannst ingame reden, ist voll extrem lustig. Ah, und wenn ich nicht so durch ne Tür will, springen ist auch immer doof, dann. Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los, los! Mit, der muss definitiv defended werden. Okay, B, 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 Angriff. Mit der Schrot aufpassen, nichts mehr ran. Er ist schon tot. Oder? Nein, ist er nicht. Loll, der ist immer noch nicht tot, was ist denn das? Ach, der kam der andere noch. Da waren zwei, verdammt. Na egal. Wir laufen auf Ziel gerade, ne? Die bleiben bei dir. Hab ihn. Ja, du hast ihn, okay. Nice, 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 nice. Aber wir spielen ja eh low mode. Los, lass mal, äh, die einnehmen. Ne, das A einnehmen, A ist besser. Wir sind mal da dran, da schießt jemand, da ist irgendwo... Jetzt machen wir mal Nubetube, ach, machen wir mal Nubetube hier. Ich hab nichts anderes in der Hand gehabt. Ich hab's probiert. Ja, das sind schöner. Domination hat mehr Action. Auch mit weniger Leuten. Jetzt ist es gerade wieder am Ruckeln. Ach, wart mal, der kacke Hund macht ja scheiße. Ja. Ich gewinne eh jetzt, Bruder. Ja, ist gut. Achtung. Hab ihn. Oh, der war der mit der Shotgun wieder. Shotgun ist ein ziemliches Arsch. Ja, aber auch... Ja, ich find's auch scheiße. Also, es ist schwer zu spielen, weil du nicht auf Fernkampf gehen kannst. Weil du bist immer nah dran. Da kannst du auch viel mit anderen Waffen reißen. Okay, wir haben alles wieder. Das war's, ne? Das war's, GG. Nice. Ja, Gegner konnte gut campen, aber mehr nicht. Das war ne gute Aufnahme, sehr schön.